Hallo und herzlich willkommen zur 44. Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 6. Oktober 2019. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Ja, ja, wir wissen schon. Ihr dürft uns ruhig schimpfen. Ja, ihr dürft uns ruhig schelten und schimpfen. Schimpfen, schimpfen. Weil, ja, es ist lange her. Es ist lange her seit der letzten Episode. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie geht denn das eigentlich, Podcasten? Was machen wir hier eigentlich? Wir müssen erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Das heißt wieder sehr viele Versprecher. Wahrscheinlich. Spaß beiseite. Also am 18.8. haben wir unsere letzte Episode veröffentlicht. Da ging es noch um ein Märchen. Once upon a time in Hollywood. Jetzt kommt es ein Märchen, das wir nicht verstanden haben. Das wir nicht verstanden haben. Ja, da wurde ich ganz schön geschimpft. Oh mein Gott, da wurde ich geschimpft. Ja, nee, also... Also ich, also... Ich denke schon, dass wir verstanden haben, um was es dem Regisseur da ging, aber uns hat es trotzdem nicht gefallen. Das muss man uns ja auch mal eingestehen. Ja, wir müssen ja nicht alles gut finden. Nein, muss man nicht. Ja, wie dem auch sei, wir wollten ins Kino gehen, aber mal wieder gab es viele Einflussfaktoren, die das verhindert haben. Also entweder war der Film, den wir sehen wollten, scheiße. Also so, dass wir im Vorfeld gar nicht reingegangen sind. Oder, ja, oder wir, oder sie laufen irgendwie zu irgendwelchen unchristlichen Zeiten. Ja, ich meine, im Prinzip, eine Episode hätten wir schon machen können, aber das hat dann alles irgendwie zeitlich überhaupt nicht reingepasst. Und wir haben nur ganz kurz angeschnitten, den zweiten Teil von S haben wir angeschaut im Kino. Und danach gab es dann wieder viele Wochenenden, wo es keine Zeit einfach gab, um das aufzunehmen. Und unter der Woche schaffen wir das einfach nicht, weil ich so lange arbeiten muss. Und deswegen... Genau. Also wir haben es gesehen, wir haben da auch eine Meinung zu, aber die wollen wir jetzt hier nicht im Podcast ausbreiten. Nein. Wie du schon sagtest, wir wollten den unbedingt sehen, aber wohl wissend, dass wir nicht Zeit finden würden, den zeitnah auch aufzunehmen. Und ihr kennt uns ja, also wir wollen dann jetzt nicht irgendwie zwei oder drei Wochen ins Land ziehen lassen, weil unsere Eindrücke ja schon möglichst frisch sein sollten. Ja. Also es kann schon mal passieren, dass ein paar Tage vergehen, aber hier so zwei, drei Wochen, das macht uns dann auch keinen Spaß mehr, weil vor allem bei Filmen, die uns dann per se unheimlich so begeistert haben, da ist es dann noch schwieriger, das wieder aufzuwärmen, finde ich. Also du hast jetzt quasi durch die Blume gesagt, dass dir den zweiten Teil nicht gefallen hat. Ja, nicht so gut wie der erste. Ja, ich meine, ich habe ihn ja eh besser gefunden. Aber egal. So, jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar soll es ja heute nicht um irgendeinen Film gehen, sondern wir haben uns gedacht, nachdem es schon wieder über ein halbes Jahr her ist, dass wir einen Serien-Eintopf aufgenommen haben, machen wir das heute wieder. Und präsentieren euch, ja, keine Top-Liste diesmal, sondern wir haben uns einfach mal hingesetzt, haben geguckt, was wir die letzten Monate so geguckt haben. Wir haben uns gedacht, oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Und haben versucht, was heißt versucht, wir haben es getan, das auf zehn Serien runter zu dampfen, also pro Person fünf. Fünf, also es wird jetzt kein Fünf-Stunden-Podcast. Nein, keine Sorge. Aber nur damit ihr eine Hausnummer habt. Also wir haben den letzten Serien-Eintopf am 3.2.2019 veröffentlicht. Das war die Episode 35. Wir haben seither eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Serien-Empfehlungen abgegeben und insgesamt geguckt habe ich 22 verschiedene Serien und du? 33. 33. Seither. Also in diesen sieben Monaten, die das jetzt her ist. Mir ist eigentlich mehr. Acht Monate ist es schon her. Wahnsinn. Ist schon krass, ja. Ja, es ist nicht, dass ihr irgendwie den Eindruck gewinnt, wir würden nichts gucken, nur weil wir keine Kinofilme besprechen. Wir gucken halt wahnsinnig viele Serien. Und ja, wir haben schon ein bisschen schlechtes Gewissen, vor allen Dingen, weil wir jetzt einige Serien so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ja, leider. Die, die, die ja sicher eine Erwähnung wert gewesen wären, aber mein Gott, nächstes Mal. Packen wir das auch rein, was wir alles geschaut haben, nicht, oder? Ja, wir können. Machst du ein Foto? Wir können ja, wir können ja, wir können ja, wir können ja dann am Ende nochmal, nochmal so runterrattern, was wir sonst noch so geguckt haben. Okay. Aber ich würde sagen, fang doch einfach mal mit deiner ersten Serie an, die du geguckt hast und erzähl doch einfach mal ein bisschen drüber und ja, wie wir das so, so gefunden haben. Ja, und zwar, die erste Serie, über die ich reden möchte, ist Fleabag. Und zwar bin ich deswegen drauf gekommen, also erstes Mal habe ich halt auf Amazon, also die läuft auf Amazon, Prime, bin ich halt auch immer wieder drauf gestoßen und ich habe immer wieder darüber gelesen und Die ist schon ein bisschen älter. Ja, also sie ist seit 2016 die erste Staffel und 2019 gab es jetzt hier die zweite Staffel und die hat auch bei den Emmys einige Preise bekommen, darunter auch die Hauptdarstellerin und deswegen dachte ich so, okay, also jetzt glaube ich wird es Zeit, die Serie mal anzuschauen und du hast ja so gezwungenermaßen mit weitergeschaut, weil es jetzt glaube ich nicht ganz so dein Ding war. Jein, also die, die sind ja, lässt sich ja relativ leicht durchbündigen, es ist eine britische Serie, Comedy-Format, 27 Minuten hast du aufgeschrieben. Genau, also nochmal ganz kurz die Fakten, zwölf Folgen gibt es insgesamt, eine geht 27 Minuten, also das hat man wirklich schnell runter, die Hauptdarsteller sind schon, wie erwähnt, die Föbel Waller Bridge, das ist die Fleabag, die Sian Clifford, die spielt ihre Schwester, die Olivia Colman ist die böse Stiefmutter, die immer lächelt. Jenny Reinsford und Bill ist ihre Freundin und der Bill Patterson ist ihr Papa. Ja, kenne ich alle nicht. Ja, doch den einen oder anderen kannte man schon, also die Olivia Colman kennt man natürlich, die ist schon so die Bekannterer, die anderen, ja, wenn man viele britische Serien sieht, so den einen oder anderen kannte man schon vom Sehen her, aber jetzt, ja, genau. Genau, und ich fand sie sehr, sehr toll, mir hat sie sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch immer, also eine coole Idee, weil sie halt auch immer wieder die Wand durchbricht und halt auch mit einem spricht. Die vierte Wand. Die vierte Wand, genau. Also ich mag sowas, wo dann auch immer so ein bisschen Interaktion mit dem Zuschauer ist. Ja, das ist, mein erster Eindruck war ja super positiv, ich habe die Pilotfolge mit ihr geguckt und habe auch herzhaft gelacht und dieses vierte Wand durchbrechen, das passiert vor allen Dingen mitten im Dialog mit, also in einem Dialog und sie wechselt dann so zwischen ihren Gedanken dem Zuschauer gegenüber und ihrem Dialog mit dem Gegenüber und das macht sie sehr, sehr gut. Also das muss man echt, und ich habe sehr gelacht. Was mich dann so ein bisschen abgetürnt hat in der ersten Staffel war, dass es halt, es ist so der Prototyp einer dysfunktionalen Familie und das heißt, es sind eigentlich alles kaputte Menschen, die… Aber sympathisch, also ich fand sie sympathisch. Ja, ja, nein, also nicht. Gerade in der ersten Staffel nicht, weil die machen dann halt auch, ja, so selbstzerstörerische Dinge. Treffen halt äußerst schlechte Lebensentscheidungen, sind auch nicht immer nett zu anderen. Also das ist so ein, man kann nicht weggucken, es ist wie ein Unfall, also diese ganze Familie. Nur in der zweiten Staffel, ich habe dann ja auch, ich habe ein paar Folgen, glaube ich, dann ausgesetzt oder habe sie nebenbei mitgeguckt. Nebenbei, ja. In der zweiten Staffel war es dann so, dass tatsächlich sie vor allen Dingen deutlich mehr Wärme bekommen hat als Figur, was der Serie echt gut getan hat. Ich fand die Staffel deutlich besser, die zweite. Fand ich jetzt auch. Also sie war auch witziger und die erste Staffel ist halt deswegen auch ein bisschen, ja, schwieriger, weil es da halt auch eine Tragödie auch gibt und die Reichweite dieser Tragödie wird, ja, erst zum Glück, zum Ende halt erst aufgedeckt. Und das macht das Ganze dann halt auch nochmal, ja, also sie ist jetzt kein leichter Charakter. Nee, überhaupt nicht. Und der Zugang zu ihr, das muss man wirklich mögen, die Art von Humor halt auch und also mir hat es gefallen und zu Recht hat sie auch die Preise bekommen, weil sie hat ja auch die Geschichten, ist ja auch alles, hat sie ja geschrieben und ja, also ich finde es toll, ist echt mal wieder was anderes und ich mag halt einfach auch englischer Humor. Ja, total. Also es ist wirklich, es ist lustig, das ist sowieso, nur du kennst mich ja, ich versuche ja immer, ich suche ja immer nach Identifikationsfiguren oder Figuren, mit denen ich mitfühlen kann und ich hatte echt Schwierigkeiten mitzufühlen. Das hat sich dann mit dem Ende der ersten, Anfang der zweiten Staffel geändert. Gleich, weil es eine Frau ist? Nein, gar nicht. Ich fand halt, sie hat sich, wenn man es mal so deutlich sagen will, teilweise echt aufgeführt wie ein Arschloch und ja, das macht eine Figur für mich nicht sympathisch und solange dann halt, weiß halt erst relativ spät auch, wieso sie so ist und so. Deswegen habe ich mich da immer mehr weggedriftet, so emotional von ihr. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine großartige, schwarze, ja, Drama, Comedy, Serie, die, glaube ich, da macht ihr echt nicht viel falsch damit. Nein, gar nicht. Und es ist halt wirklich, also mit den halben Stunden, Episoden, also wir haben das, ich glaube in einer Woche, haben wir das echt durchgebinged. Ja, die ist, also wie gesagt, sechs Episoden pro Staffel, eine halbe Stunde, das ist nix, wenn man einigermaßen regelmäßig dazukommt, Serien zu gucken. Genau. Und wie ihr ja wisst, ist für uns das Serienformat und für viele von euch sicher auch einfach eine ideale Länge, auch mal so eine Stunde, auch selbst wenn es eine lange Serie ist, kann man abends immer mal gucken und sich dann auch entscheiden, ins Bett zu gehen oder so, weil es ja im Vergleich zu irgendwelchen, mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass Filme auch zwei Stunden dauern, hat sich ja fast schon zum quasi Standard etabliert und naja. Ja, unter der Woche, ja, das schafft man immer. Und so ein Comedyformat ist da extrem dankbar, weil man da halt tatsächlich auch mal drei Folgen oder vielleicht sogar vier in einem Abend wegschafft, dann ist es fast schon wieder ein bisschen schade, dass es sogar so kurz ist. Ja, naja. Genau, das war jetzt meine Serie. Fleabag, ja. Meine erste Serie, über die ich sprechen möchte, das ist eine der ersten, die wir geguckt haben nach unserem letzten Serieneintopf. Und zwar ist das Love, Death and Robots. Love, Death and Robots ist eine Animationsserie und ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen wie die Animatrix. Animatrix war ja im Matrix-Hype, der nach dem ersten Matrix-Film da so losgetreten wurde, auch so ein Sammelsurium. Ich weiß gar nicht mehr, waren es vier oder fünf Kurzfilme zum Thema Matrix von unterschiedlichen Zeichnern unterschiedlicher Machart. Genau. Und genau so ist Love, Death and Robots. Und ja, im Grunde behandeln diese kurzen Episoden die Bereiche Science-Fiction, Fantasy, Horror, Comedy. Immer so ein bisschen, ja, also manchmal extrem brutal, manchmal, also es ist nichts für Kinder. Nee, gar nicht. Es ist, glaube ich, FK18, wenn mich nicht alles täuscht. Aber immer, also das ist genau mein Ding, das ist so, es ist so eine weirde Mischung aus Humor und so Philipp K. Dick mäßigen Zukunftsdystopien und Fantasien. Es sind teilweise echt abgefahrene Storys, manche gut, manche weniger. Ja, ich fand jetzt auch nicht alle herausragend, aber der überwiegende Anteil war schon sehr, sehr gut. Und auch von den Bildern her, es war wirklich wahnsinnig gut animiert auch. Ja, exakt, manche sind einfach nur gezeichnet, manche sind tatsächlich 3D-Animationsfilme. Alle sind verdammt gut gemacht, es sind insgesamt 18 Folgen auf Netflix zu sehen, kostenlos für Netflix-Abonnenten. Also ist in jedem Fall ein Blick wert, aber nicht, wenn eure kleinen Kinder dabei sitzen. Es ist nämlich keine knuddelige Science-Fiction-Serie. Ich habe mir jetzt aber auch nicht rausgeschrieben, da sind halt etliche Künstler beteiligt und Sprecher. Das würde zu weit führen bei 18 Episoden. Und die sind auch sehr kurz, ich glaube, dass die auch nur so grob 20 Minuten dauern, eine. Ja, manche gehen, glaube ich, noch kürzer. Haben wir ziemlich schnell durchgeguckt auch. Ja, genau. Also lasst euch von den 18 Folgen hier nicht abschrecken, die sind auch sehr, sehr knackig. Und insofern kann man wirklich schnell durchgucken. Mich hat es begeistert, vor allen Dingen, weil, wie du ja weißt, so Sci-Fi-Sachen immer gut ankommen bei mir. Und da gibt es halt nicht viel. Da gibt es halt nicht viel. Ich finde auch diese... Nicht viel Gutes. Ja, nicht viel Gutes. Das ist leider so. Aber wie bei Fantasy genauso. Wie hieß denn diese geile Science-Fiction-Serie, wo die auf Philipp K. Dick-Geschichten basiert von Amazon, die wir auch geguckt haben? War das nicht irgendwas mit Sleeping Dreams? Nee. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich es vergessen. Du hast doch das Internet offen. Ich habe das Internet offen. Ich gebe mal Philipp K. Dick ein, vielleicht finden wir es. Manche haben den Arsch auf, nur du hast das Internet. Electric Dreams. Genau. Genau, die war schon 2017. Ich hatte gehofft, dass die fortgesetzt wird. Die fand ich nämlich ziemlich gut. Aber nein, bislang gab es da noch keine Fortsetzung. Leider, leider. Schade, schade. Schade. Ja. Also mein Tipp. Love, Death and Robots. Ja, auf Netflix. Dann bist du wieder dran. Ja, wenn du es so weit hinten ausgeholt hast, dann gucke ich mal. Ja, dann hole ich auch mal ganz weit hinten aus. Und zwar, was wir auch schon, was auch schon wieder ein bisschen weiter her ist, was wir geschaut haben auf Amazon Prime, ist The Marvelous Mrs. Maisel. Und jetzt muss ich es nochmal sagen. The Marvelous Mrs. Maisel. So jetzt. Jetzt sitzt es. Und genau, die zweite Staffel. Die erste haben wir ja auch schon besprochen in irgendeinem Serien-Eintopf. Und auch hier wieder ein Fest an Humor. Und ja, das ist halt einfach, also es ist eindeutig eine meiner Lieblingsserien. Es sind jetzt insgesamt sind es, falls jemand es noch nicht gesehen hat, es sind 18 Episoden. Insgesamt eine geht so 57 Minuten. Auch hier so Comedy, Drama läuft auf Amazon Prime. Und die bezaubernde Rachel Bros. Hennen ist die Hauptdarstellerin. Alex Borstein ist ihre Wegbegleiterin. Und dann der fabelhafte Tony Schaloup als ihr Vater. Nee, der Monk. Der Monk, genau. Falls jemand ihn so nicht kennt. Dann haben wir noch den Michael Ligen als ihren Ehemann. Dann Marion Hinkel als ihre Mama. Den Michael Ligen, den haben wir ja neulich in Boardwalk Empire gesehen. Ja, genau. Und dann haben wir noch den Kevin Pollack als Schwiegerpapa und die Carolyn Aaron als Schwiegermama. Genau. Und das ist jetzt die Familie. Natürlich sind dann noch etliche andere Darsteller mit dabei. Unter anderem in der zweiten Staffel auch der Darsteller von Shazam. Ja, stimmt. Währenddessen wir die Serie geschaut haben. Michael Levy. Michael Levy. Ja, schau mal. Ja, erzähl einfach weiter. Genau. Während wir die Serie geschaut haben, weil zu der Zeit gab es ja auch schon den Shazam-Trailer. Zachary Levy. Genau, Zachary Levy. Gab es ja auch schon den Shazam-Trailer. Und wir so, irgendwie kommt uns der doch bekannt vor. Und ja, tatsächlich ist Shazam. Und ja, für alle, die diese Serie nicht oder kennen, da geht es halt um die Mrs. Maisel. Und die Mrs. Maisel ist sehr, sehr witzig und möchte Stand-Up-Comedian. Eine emanzipierte junge Frau. Ja. Die möchte Stand-Up-Comedian werden. Und ja, schafft es auch. Und für die damalige Zeit, weil das Ganze spielt ja in den 50er-Jahren, sie ist aus der Upper Class, kann man schon sagen. Also da ist in den Familien ist schon Geld auch vorhanden. Eine jüdische, eine reiche, jüdische Familie. Zwei jüdische, reiche Familien. Und ja, da ist schon viel Geld. Aber sie möchte trotzdem ihr eigenes Geld und ihr eigenes Leben aufbauen. Und wieso und weshalb, warum, das müsst ihr dann schon selber sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine von mir nochmal eine dicke Empfehlung. Diese Serie anzuschauen. Ja. Ja. Ich bin auch, du hast es ja um mich erst überreden müssen. Hast die erste Staffel zweimal geguckt. Ja, genau. Und ich finde sie auch fantastisch. Sehr, sehr spritzig geschrieben. Die Dialoge sind der Traum. Ja. Trotzdem, das Herz am richtigen Fleck. Das tonische Lob ist fantastisch. Ist eigentlich mein absoluter Lieblingscharakter in der Serie. Und ja, wer Mrs. Maisel noch nicht kennt, sollte es in jedem Fall gucken. Hat auch Emmys kassiert. Oh ja, ohne Ende. Ja, letztes Jahr. Ist echt eine dicke, dicke Empfehlung. Ja, Comedy, Drama, Dramödien. Sind eh immer am besten. Ja, finde ich auch. Wenn es die Mischung, wenn es die richtige Mischung ist. So, und was hast du denn? Ja, ich habe auch, ja, was ist das? Es ist eine Mischung aus Drama, Science Fiction, Fantasy, Comedy, Mystery. Aus der Feder von Neil Gaiman und Terry Pratchett. Und zwar haben wir Good Omens geguckt auf Amazon Prime. Und zwar insgesamt nur sechs Folgen. Die allerdings im knappen Einstünder-Format. Und ja, Good Omens. Wie soll man Good Omens beschreiben? Es geht irgendwie, also die Hauptrollen spielen Michael Sheen und David Tennant. Ersteren kennt man vielleicht aus, wie heißt diese sechs? Broadchurch. Also den Tennant. Tennant kennt man aus Broadchurch oder aus, er war auch der Doktor schon mal, aus Dr. Who. Dr. Who und den Michael Sheen, den kennt man ja aus, wie heißt diese sechs? The Masters of Sex. The Masters of Sex. Hieß die so? Ja, okay. Ja, die beiden kennt man. Und ja, Michael Sheen spielt im Prinzip einen Engel und David Tennant einen Dämon. Gut und Böse auf Erden. Und da geht es halt um irgendeine Prophezeiung und Apokalypse und ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Es ist auf alle Fälle extrem schwarzhumorig. Und manche würden sagen, also da hat es so ein bisschen Wellen geschlagen, vor allem so eher konservative Anhänger des christlichen Glaubens haben sich darüber aufgeregt, über diese Serie, weil sie so respektlos sei ihrem Glauben gegenüber. Ich finde nicht, dass sie respektlos ist. Ich finde, dass sie erfrischend unsteif, also wie sagt man, erfrischend locker mit dieser Thematik umgeht. Und ja, da gibt es den einen oder anderen Seitenhieb auf katholische Gebräuche oder Glaubensrituale, aber es ist nie respektlos, finde ich. Sondern es fand ich jetzt auch nicht, aber vielleicht, weil wir beide Atheisten sind. Ja, trotzdem, glaube ich, kann man so eine Grenze durchaus ausmachen. Also ich finde nicht, dass es respektlos ist. Es ist wahnsinnig witzig, es ist schwarzhumorig, es ist total abgedreht. Also es ist von der Handlung her einfach manchmal ziemlich gaga. Ja, aber wir mochten es sehr und würden uns freuen, wenn es da zu einer zweiten Staffel kommen darf. Oh ja. Ich meine, Terry Pratchett, für alle, die ihn vielleicht nicht kennen, ist ja der Autor der Scheibenwelt-Romane, die ja auch einen gewissen Bekanntheitsgarten unter Fantasy-Fans haben. Es ist so wie Douglas Adams für Science-Fiction oder ist Terry Pratchett für Fantasy. Ich gucke jetzt gerade an dir vorbei und schaue mir die ganzen Romane an. Ja, da steht Douglas Adams direkt neben Terry Pratchett. Genau. Tatsächlich. Ja. Genau. Und Neil Gaiman kennt man ja auch, ist ja auch ein ganz bekannter Autor, hat ja nicht auch den geschrieben. American Gods. American Gods, ja. Dass wir nicht weiter geschaut haben. Ja. Also ich, weil ich habe das Buch gelesen und ich fand jetzt die Auflösung der Geschichte jetzt nicht so spannend. Und jetzt weiß ich nicht, ob das dann auch der Grund ist, dass wir die Serie nicht weitergeschaut haben. Wahrscheinlich. Ja, nachdem es ja da ein ziemliches Aufrund niedergab und die ursprünglichen Serienschöpfer nicht mehr mit an Bord sind. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht tun wir der Serie jetzt Unrecht, weil ich mochte die eigentlich schon auch vom visuellen Stil her, waren ziemlich coole Ideen auch drin. Aber wir haben uns irgendwie entschlossen, dass uns die erstmal nicht reizt, weiter zuhören. Gibt ja genügend andere Sachen. Ja. Tja. Was hast du denn als nächstes? Ah ja, stimmt. Ich bin ja wieder dran. So und zwar, was wir auch jetzt ganz frisch, ja relativ frisch fertig geschaut haben und zwar auch hier wieder, also ich wechsle jetzt mal von Amazon wieder rüber zu Netflix. Und diese Serie haben wir auch schon besprochen in einem Serien-Eintopf und zwar ist das Mindhunter. Und zum Glück gibt es bei Mindhunter mehrere Staffeln, also ist geplant und die aktuelle ist halt die zweite. Und ja, auch hier, das ist halt ja vielleicht jetzt nicht ganz so jedermanns Sache, wobei so Kriminalgeschichten, glaube ich, die meisten Leute schon auch mögen. Ja, da geht es jetzt halt um Serienmörder. Das weiß ich jetzt halt nicht, ob das jeder so mag. Also es ist halt schon, ja, schon ein bisschen bizarr manchmal und also es ist vom Thema her völlig meins und ich erschrecke dann auch immer meinen Nebenan auf der Couch, weil ich dann manche Sachen weiß. Und er dann so, oh mein Gott, wieso weißt du sowas? Nicht so, ja tut mir leid, ich interessiere mich halt für solche Sachen. Ich kann es wieder eher Serienkiller-Fachwissen auspacken. Ja, genau. Ja, und also wie gesagt, das Krimi, Drama, Thriller und in der zweiten Staffel, da sind dann auch wieder bekannte Serienmörder auch mit dabei. Also man weiß es, glaube ich, auch schon im Vorfeld ist auch durch die Presse schon so ein bisschen gegangen und zwar sieht man auch kurz Charles Manson, der kein Mörder ist, aber in dem Falle halt trotzdem auch für die Feldforschung, weil diese FBI-Agenten führen ja Feldforschung. Also man muss sich das so vorstellen, das ist ein völlig neues Fachgebiet. In Quantico wird dann halt eine Abteilung halt gegründet und diese FBI-Agenten reisen halt durchs Land und interviewen halt Serienmörder, um somit halt Fachwissen zu bekommen, also wirklich Fachwissen, um zukünftige Morde halt deswegen besser aufdecken zu können. Irgendwo um die Entstehung des Profilings. Genau. Und die Originalagenten, die haben ja auch so ein bisschen an dem Drehbuch mitgearbeitet, also es beruht halt auf einem Fachbuch von den beiden und von diesen zwei Männern, die es wirklich gab, die Namen sind jetzt aber abgeändert worden in der Serie, erzählt halt diese Geschichte. Und begleitet wird sie halt auch von einer Ärztin, von einer Psychologin und die wird gespielt von der Anna Torf, die kennt man unter anderem von Fringe. Und die anderen zwei FBI-Agenten, das wird der Jonathan Croft und der Holt McCallany spielen die zwei Agenten. Und das Tolle an der Serie ist halt, dass der David Fincher, der hat jetzt schon eine Weile, glaube ich, auch keinen Film mehr gemacht. Und zwar ist er jetzt halt mehr mit dieser Mindhunter-Serie beschäftigt. Das Ausführen der Produzent. Und auch das eine oder andere hat auch Regie geführt. Ich glaube nur die Pilotfolgen. Ja. Aber ja. Genau. Also man merkt aber auch, dass da so ein bisschen seine Handschrift auch drin ist. Und das Tolle ist an dieser Serie, dass halt man sieht im Prinzip nichts. Also genau, die besticht jetzt nicht durch irgendwelche. Krassen Bilder oder so, also wäre jetzt hier irgendwie, ich meine, die ist ja auch, glaube ich, auch ab 12 oder ab 16, je nachdem. Aber da gibt es jetzt keine Gore-Elemente, also wo man dann halt, oder Slash-Elemente, weil man jetzt denkt, oh, da sind Serienmörder dabei, da sehen wir jetzt viel Blut. Gar nicht. Und die Spannung daraus entsteht eigentlich immer nur dann, wenn über diese Morde halt erzählt wird. Und im besten Falle, wenn es die Mörder halt selber erzählen. Und da ist dann eine Spannung dann in den einzelnen Episoden, da traut man sich manchmal gar nicht zu atmen. Und das ist halt wirklich, also der Wahnsinn, also wie diese Serie spannend ist, auch wenn im Prinzip gar nichts passiert. Also wenn Menschen an einem Tisch sitzen und sich unterhalten, in Anführungszeichen unterhalten, und es ist manchmal so spannend, also da kann man die Luft schneiden. und es ist auch noch wunderschön, also wunderschön fotografiert, es ist auch noch toll gefilmt und die Darsteller sind alle toll und es ist auch wirklich einer von meinen Lieblingsserien. Ja, das stimmt. Absurdes Highlight. Also es ist handwerklich, es ist erstklassig gemacht. Ich habe, wie schon mal zu dir gesagt, ich habe selten Filme oder TV-Serien gesehen, bei denen Dialoge so auf dem Punkt inszeniert wurden. Das heißt so der Wechsel zwischen den, zwischen den Figuren, zwischen den Dialogpartnern, das Einfangen von kleinen Blicken, Gesten, das Timing. Und wie du schon sagtest, das schafft eine Atmosphäre, die ist zum Zerschneiden und die erweckt durch die Art, wie die Serienkiller dann von ihren Morden erzählen, einfach auch die Bilder im Kopf zum Leben besser, als es jede Darstellung derselbigen hätte geschafft. Also das ist unglaublich atmosphärisch. Obwohl irgendwie nur drei Leute oder vier Leute an einem Tisch sitzen. Und dann hast du oftmals so die, sagen wir mal, die Gefängnisatmosphäre, den Sound, also die Insassen, also den Klang eines Gefängnisses im Hintergrund, der schon als solches Unbehagen verursacht. Ja, furchtbar, furchtbar. Also es ist so ein Stressfaktor, wo auch, weil die arbeiten auch sehr viel mit Hintergrundgeräuschen. Also und das ist, da gibt es dann Szenen, weil die sitzen natürlich dann immer so irgendwie, manchmal auch so mittendrin. Also manchmal sind sie auch in Extraräumen, wo es dann kein störende Geräusche gibt, aber manchmal, wenn es so mittendrin ist, dann denkst du so, wow, also wenn ich jetzt da an dem Tisch sitzen würde, ich könnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Weil diese Geräusche drumherum und wie die halt alle, die sind halt alle so laut und gestresst und das ist natürlich, ja, weil das sind Menschen in Gefangenschaft, die sind gestresst. Und, aber das ist halt, wie das halt dich als Zuschauer auch halt noch stresst, weil du halt wirklich so in diesem, ja, in diesem Thema halt drin bist und halt auch in dieser Szene auch drin bist. Also als ob du halt auch mit am Tisch sitzt und das ist, ja, es ist herausragend. Also es ist wirklich eine von den wirklich guten Serien. Also es gibt ja, das Problem ist ja, was finde ich, wo ich immer so ein bisschen habe, ist, weil die Serienflut, die lässt ja nicht nach. Nee. Und das wird immer mehr, auch der Output, also wir haben gestern Abend, haben wir uns mal wieder so eine Trailershow gegeben. Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde und allein was da an Sachen jetzt wieder rauskommt, sei es jetzt irgendwelche Netflix-Filme oder dann auch Amazon-Filme-Serien oder jetzt dann auch, jetzt gibt es ja Facebook-Watch und dann gibt es Apple. will ja auch noch jetzt mitmischen und mein Gott und ich, so viele Jahre, Lebensjahre haben wir ja gar nicht. Und das ist wirklich der Wahnsinn und es ist so schwierig, wirklich da die Rosinen rauszupicken. Deswegen hoffen wir ja auch, dass euch unser Podcast vielleicht ein bisschen da hilft. Genau, so ein bisschen so eine Leitlinie. Also deswegen auch hier nochmal, wir nehmen uns vor, das jetzt öfters zu machen, auch weil wir gerade so viele Serien gucken und weniger ins Kino, aber da auch noch ein bisschen so einen Leitfaden zu geben, weil es ist unglaublich schwer, weil es gibt, glaube ich, so viel Mist da draußen, muss man wirklich sagen. Aber Mindhunter ist wirklich, die gehört zu den Guten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich meine, falls ihr es nicht sowieso schon praktiziert, wenn ihr eine Serie guckt und irgendwie noch zwei, drei Folgen, packt euch das Ding nicht, lasst es einfach liegen. Bei der Masse an wirklich gutem Material da draußen müsst ihr euch jetzt nicht irgendwie verpflichtet fühlen, irgendwas zu Ende zu bringen, was ihr angefangen habt dafür, ist die Zeit viel zu kostbar. Ja, absolut. Ja, also Mindhunter ist ein krasses, positives Beispiel dafür, wie man Serien halt macht. Erwartet bitte eine äußerst ruhige Serie, die aber durch, ja, die einfach wahnsinnig atmosphärisch ist. Eins möchte ich noch erwähnen, es ist in jeder Staffel, jetzt auch in der zweiten, wieder ein, naja, ich sag mal ein Fall. Es geht schon vorrangig um diese Psychoanalysen, aber es ist ja immer ein umfassend, umspannender Fall, der diese Serie begleitet. Und jetzt in der zweiten Staffel sind es die Kindermorde von Atlanta, die thematisiert werden. Also da zwischen 79 und 81, also damit ihr auch wisst, wann das spielt, wurden da 28 Kinder, Jugendliche und Erwachsene getötet. Und das ist quasi so eine Neben, ja, fast schon Haupthandlung jetzt in der zweiten Staffel. Und was ich auch noch erwähnen möchte, das Casting dieser Serienmörder und auch dieser öffentlich bekannten Personen ist dermaßen auf dem Punkt. Nicht nur, dass es gute Schauspieler sind, sondern wenn du dir ein Foto von diesen Leuten anguckst und jetzt den Schauspieler, denkst du, boah. Ja, Wahnsinn, ja. Also auch die ganzen, weil... Auch der Manson und... Ja, Wahnsinn, also der Charles Manson ist unglaublich gut gecastet worden, der sieht original so aus wie der und auch der Son of Sam ist auch, also wenn man dann das Bild dann von dem auf Wikipedia halt einfach sieht und das ist halt einfach geil. Also, ja, mega. Mega, ja. Also, Mindhunter ist, hätte es mir nicht gedacht, hat sich tatsächlich zu einem meiner Lieblinge entwickelt. Ich hoffe, dass die das Niveau halten. Und, ja, auch so die, auch so was die Figuren an Entwicklung mitmachen. Er bleibt so ein bisschen, ich finde eher der junge Agent ist jetzt in der Staffel so ein bisschen auf der Stelle geblieben, aber die anderen zwei haben ziemlich was... Es gab ja nur dieses Ereignis am Anfang, aber das hat jetzt... Oder am Ende am Anfang, ja. Hat jetzt die Serie nicht geprägt, aber die anderen beiden haben da schon einiges mitgemacht. Jetzt sind ja... Vielleicht geht der Fokus ja wieder woanders in der nächsten, aber großartig. Ja. Großartig. Ja. Genug der Lobeshymnen über Mindhunter. Ähm, ja, ich hab, ähm, meine dritte Serie, die ich auf der Liste habe, ist eine, die ich tatsächlich eher so in die Richtung... Naja, also schämen tue ich mich jetzt nicht dafür, aber es ist jetzt im Vergleich zu so etwas wie Mindhunter ist es schon eher so Guilty Pleasure. Ähm, und zwar reden wir von, ähm, einer auch Drama-Sci-Fi-Mystery-Thriller-Serie auf Netflix, von der es zehn Folgen gibt, und zwar Altered Carbon, oder zu deutsch das Unsterblichkeitsprogramm. Hm. Aber da muss ich jetzt gleich mal einhaken, weil natürlich ist es jetzt qualitativ nicht so hochwertig wie meine Tante, aber wir haben die Serie echt, echt gesuchtet und wir haben sehr viel Spaß währenddessen gehabt, weil es, also unglaublich, also mir hat es unglaublich gut gefallen, also von der, von der Story her, von den Schauspielern her, also es war einfach eine richtig tolle Geschichte. Ja, es ist, ähm, es ist, ähm, Joel Kinnaman spielt, spielt die Hauptrolle als Takeshi Kovac, äh, wem der Name bekannt vorkommt. Es ist, äh, es ist, äh, eine Romanfigur, und zwar gibt's, äh, ähm, einen Autor namens Richard K. Morgan, der eine Roman-Trilogie, ähm, ähm, äh, ja, zu Takeshi Kovac verfasst hat, und das erste, der erste Band heißt Das Unsterblichkeitsprogramm. Und, äh, mich fasziniert einfach diese Grundidee so dermaßen und auch in den Büchern, zumindest das erste habe ich, ähm, gehört als Hörbuch, ist es so, dass der Grundgedanke der ist, dass jeder Mensch quasi bei Geburt, ich nenne es jetzt mal, eine Art Festplatte ins Genick eingesetzt bekommt, so eine Disc, auf der einfach, ähm, das Bewusstsein gespeichert bleibt. Und wenn du stirbst, kann man diese Disc im Prinzip nehmen, einem anderen Körper einsetzen, und du lebst fort, bist unsterblich. Und, ähm, das ist so die, die, die Quintessenz dieser, dieser Geschichte. Aber was die da draus machen, ähm, also welche, welche Dinge da halt plötzlich möglich sind, ähm, dadurch, das ist, zeichnet auch so eine gewisse, hat mich an Blade Runner erinnert, äh, dystopische Zukunft, also von, von den Bildern her, es geht so in Richtung Blade Runner. Es ist jetzt nicht, nicht ganz so 110 Prozent produziert, das ist das, was ich da meine, also wenn man sich sowas wie Mindhunter anguckt, ähm, aber es ist, ähm, trotzdem, also die Geschichte an solches, als welches ist einfach unglaublich faszinierend. Und gerade in, in, in Ermangelung guter Science Fiction mal wieder, das ist halt, das Altered Carbon, äh, tatsächlich einen Blick wert, äh, hat, hat auch ein paar Folgen gedauert, bis ich da so drin war, aber dann lässt es einen bis zum Schluss einfach nicht mehr los. Ja, Takeshi Kovac wird ja da engagiert von irgendeinem, Methuselam, glaube ich, oder Meth nennen sie sie, die, 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 die wirklich unsterblich sind, weil sie sich von ihren eigenen Körpern einfach x-beliebig viele Klone anlegen und wenn da eine Körper quasi nicht mehr mitmacht, dann transferieren sie das Bewusstsein in den Nächsten und sind halt unsterblich. Ja, ja. Und solche Sachen sind halt da dabei und der, äh, engagiert den Takeshi, holt ihn aus dem Tiefschlaf, um den Mord an sich selbst aufzuklären, was ja auch schon mal so abgefahren ist. Und, ähm, ja, kriegt da Hilfe von unerwarteter Seite und es gibt ein paar Twists und Turns und, ja. Ich fand's toll. Also auch, also, wobei, man muss ja gleich dazu sagen, wir haben ja, glaube ich, die erste Folge haben wir ja auf Deutsch geschaut und dann hat uns ja die deutsche Synchro überhaupt nicht gefallen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh ja, gut, dass du sagst. Ja, ja. Gut, dass du sagst. Dann haben wir aber ganz schnell umgeswitcht, weil wir schon gemerkt haben, dass die Serie schon Potenzial hat, aber irgendwas stimmt mit diesen, mit den Stimmen halt einfach nicht. Und dann haben wir halt, äh, auf Englisch geschaut mit deutschen Untertiteln und dann war halt es um viel, 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 vielfaches besser, besser. Ja. Und das hat vielleicht auch nochmal ein bisschen, weil, also der, der Joel Kinnaman, Kinnaman, der hat ja auch echt eine tolle Stimme und die einzelnen, ähm, auch die anderen Charaktere. Und, ja, also, ich fand, also wie gesagt, die Story war jetzt ganz, ganz, ganz toll. Ja, wir sind ja normalerweise jetzt nicht so, so OV-Nazis, die unbedingt immer OV gucken müssen. OV-Nazis. Aber, äh, in dem Fall war es halt so, dass, selbst ohne das Original überhaupt zu kennen, schon gemerkt hat, wie scheiße das synchronisiert ist. Oh, ja. Und das macht so viel kaputt und dann schaltest du um und, äh, schon ab der ersten Folge in der OV merkst du, Okay. Ja, genau. Besser. Besser. Ja, vor allem, weil die Stimmen, ich meine, das war halt einfach, die, die haben so das lustlos runtergetragen. Also, das war jetzt nicht mal, dass die Stimmen vielleicht nicht gepasst hätten, das war halt einfach die Synchronisation. Also, du hast halt echt gemerkt, so, das hat, keine Ahnung, also, ob sie die, die alle aus dem Urlaub geholt hätten oder die haben schon irgendwie 30 Produktionen am Stück durchweg was aufgenommen und die hatten einfach keinen Bock mehr. Und so klang das halt einfach auch. Also, da war auch, ja, die Stimmen waren halt einfach nicht gut. Und deswegen würde ich halt jedem empfehlen, also, wenn er da jetzt so, so empfindlich wie wir es sind oder, oder, ja, prinzipiell schaut es eigentlich einfach auf. Ja, mit einigermaßen gefestigten Englischkenntnissen kommt man da ohne weiteres durch. Es gibt natürlich schon, das muss man dazu sagen, so, wie man im Neudeutsch sagt, so Technobabble, also so, so, ja, wo halt diese neuen Technologien, ähm, Teil der Gespräche sind. Ähm, was mir auch gefallen hat, ich glaube, das habe ich während der Serie mal geguckt, äh, gesagt, dass, dass es keine Erklärbären gibt. Mhm, ja. Sondern es wird die Technologie so, so eingeführt, indem die Protagonisten sie einfach so verwenden, wie sie immer verwendet wird. Und ohne groß irgendwie zu erklären, erschließt sich aber einem schon sehr bald, wie das funktioniert. Wie das funktioniert und ich hasse, ich hasse es ja, wenn sich dann einer hinstellt und erklärt, was er in der Welt nie machen würde, weil er weiß, wie es geht, nur damit der Zuschauer weiß, was die Sache ist. Und das lassen sie hier dankenswerterweise einfach bleiben. Und, ähm, aber deswegen gibt es trotzdem viel Technobabble, also das ist, äh... Ja, aber es ging eigentlich, also ich bin, ich bin ja jetzt nicht so der, der, ähm... Technik gequatscht ist auch noch Deutsch, oder? Ja, Technik gequatscht. Ähm,�, äh, Feature-Fucking. 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 Äh, ja. Egal. Ja, fakten. Tüüüüüüü. Na, das ist, äh, das ist was aus dem Verkauf. Also wenn man dem Kunden nicht so viel, ähm, Features geben möchte, sonst überfordert es ihn, dann nennt man das halt Feature-Fucking. Verstehe. Müssen wir jetzt unseren Podcast als explicit taken bei. Ja, genau. Sehr gut. Ups. Ja, also das zu Altered Carbon ist schon erst 2018 und wir haben ein bisschen gewartet, bis wir es geguckt haben, weil jetzt auch die Bewertungen allgemein nicht so hoch waren. Trotzdem hat es es gelohnt, vor allem in der OV mit Untertiteln gewinnt die Serie. Also gucken für Science Feature-Fans. Auf jeden Fall. So. Ja, und zwar, ich habe jetzt was für die Damen. Damen. Ja, das habe ich jetzt extra. Weil es ist eine Serie, die ich ja alleine geschaut habe. Dadurch, dass ich glaube, es sind wirklich zehn Serien ja mehr gewesen wie Duga. Egal, auf jeden Fall ist es eine Serie, die habe ich alleine geschaut und die läuft auf Sky. Und das ist nämlich Discovery of Witches. Okay. Das ist für Damen. Ja, weil da ist halt ein Vampir dabei. Okay, ja. Glitzert der? Nein, er glitzert nicht. Er ist nur sehr, sehr alt. Und da sind halt Vampire und Hexen und Dämonen. Und da geht es dann halt um, ja, auch hier wieder eine Liebesgeschichte. Also so ein bisschen Twilight für Erwachsene. Kann man jetzt schon sagen. Okay. So geht es ein bisschen in die Richtung. Deswegen habe ich gesagt, das ist für die Damen. Und da gibt es eine Staffel bis jetzt. Zehn Folgen und eine Folge geht eine Stunde. Und genau, das Ganze ist halt angelegt bei Drama, Fantasy, Romance. und das Ganze beruht auf einer Trilogie, auch hier wieder eine Trilogie und zwar von der Deborah Harkness und die Trilogie heißt im Englischen All Souls. Im Deutschen heißt sie, trivial, Diana und Matthew Triologie. Das ist halt wieder, ja, so schön. Egal, auf jeden Fall. Ich mochte sie sehr. Ich habe sie sehr gerne geschaut. Und sie findet auch... Ja, es ist tatsächlich so... Ja, es ist halt so. Also der Matthew Goode, den kennt man ja aus Watchmen. Der ist der Vampir und die Theresa Palmer ist halt die Hexe. So und es gibt halt... Die haben zwar ein... Ein, ja, wie soll man sagen, so ein Rad, wo die halt alle immer zusammensitzen. Aber im Prinzip ist es den einzelnen Rassen, in Anführungszeichen Rassen, halt nicht erlaubt, sich untereinander zu paaren. Deswegen hat ein Vampir auch kein Interesse an einer Hexe zu haben, weil... So und dann entsteht halt schon wieder das Erste mit... So ein modernes Romeo und Julio. Ja, genau. Aber nur mit halt Vampiren und Hexen und so. Genau. Und ja, weil am Anfang dürfen sie natürlich nicht und irgendwann... Ja, dann kommen dann halt die Gefühle und überhaupt und dann lässt halt jeder und so... Aber ich liebe dich. Vampirio und Hexia. Ja, genau. Genau und sowas ist es halt. Aber es ist spannend. Also wenn man halt fängt, es ist so, in dem Sinne so, die Art von Fantasy, wo halt Hexen und Vampire halt existieren und wenn man das halt dann mag, also jeder, wo sowas mag, der wird auf die Serie auf jeden Fall auch mögen, finde ich halt. Genau. Also es ist für mich absolut nichts. Ja, gar nichts. Es ist überhaupt nichts für dich, weil da Vampire halt dabei sind. Naja, Vampire per se schrecken mich jetzt nicht unbedingt ab. Es ist nur so, dass sie eben immer genau in diesem komischen, romantisierten Kontext gezeigt werden und das mag ich nicht. Es ist immer... Also egal, was ich bislang geguckt habe, sei es jetzt zum Beispiel True Blood war auch so ein Beispiel, wo ich sage, da kommen ja auch Vampire vor. Aber es ist immer irgend so eine Dreiecks-Liebesgeschichte immer so dabei. Und irgendwie denke ich mir, ich habe jetzt auch nichts gegen romantische Sachen, auch nicht, aber so diese Kombi sagt mir nicht zu. Ja, ich weiß schon. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, deswegen habe ich es ja auch alleine. Romantik, ja, Vampire, ja, aber beides, wo ich nicht, wo ich nicht. Ich finde, es ist natürlich jetzt keine hochproduzierte Serie, also von den Bildern her. Ich finde schon, also die Schauplätze sind schon toll, also weil das spielt in Venedig, spielt in Oxford ist es, glaube ich. Dann verstecken sie sich irgendwann mal in Frankreich und dann ist es in so einem Chateau und ja, also es ist schon auch, also von den Special Effects, also von der Bewertung, ja hallo, 8,1 auf IMDb. Also da gibt es schon, glaube ich, viele, viele Leute, wo das toll finden und... Ja, die Mischung einfach Drama, Fantasy, Romance. Ja, genau. Ja, aber es ist so, das Plakat wird mich schon mal, also diese, diese, wird mich schon mal komplett abtörnen. Ich habe auch eigentlich gedacht, das ist jetzt wirklich nichts für mich, aber ich habe dann halt einfach mal aus, ja. Ja, aus Langeweile, Verzweiflung. Genau, Verzweiflung, nee. Ich war halt einfach offen, ich war open-minded, genau. Und habe gedacht, jetzt guckst du halt mal rein, weil es gibt halt manche Serien, da musst du halt wirklich einfach auch mal reinschauen, da musst du da mal ins kalte Wasser springen und so von der, also es hat mich bei der ersten Folge auch nicht gleich gepackt, aber ich dachte so, ja, okay, jetzt komm, jetzt guckst du es halt weiter und, ähm, ja, also mir gefällt es, ich freue mich schon auf die zweite Staffel, weil es wird ja dann wahrscheinlich drei Staffeln geben, wenn es drei Bücher gibt, wird es auch drei Staffeln geben und, ähm, ja, das Ganze endet natürlich auch ganz fies in einem Cliffhanger, also richtig fies, wo du denkst so, Bums, und dann, wie, das ist jetzt fertig, also so endet es, also, aber schaut es euch an. Vor allem ist es eine Sky-Produktion auch. Ja, genau. Und prinzipiell, also die ganzen Sky-Produktionen, äh, sei es jetzt, zum Beispiel das Boot, war jetzt auch, also, eins von den besseren Serien, also, war jetzt auch gut. Genau. Das wäre jetzt meine Empfehlung von den letzten Monaten. A Discovery of Witches. Haben sie, haben sie auch, äh, davon abgesehen, dem einen komischen deutschen Titel zu geben, zum Glück? Oder gibt es da irgendeinen komischen Untertitel, von dem ich nichts weiß? Nein, gibt keinen komischen Untertitel. Sehr gut. Sehr gut. Das geht meistens in die Hose. Ja, dann habe ich, äh, noch eine Empfehlung, ähm, die, äh, auch so ein bisschen, also, die mich komplett eiskalt erwischt hat, in dem Sinne, dass ich was vollkommen anderes erwartet hatte, als es mir dann geliefert hat. Ja. Ähm, und zwar spielt, äh, geht's um eine Netflix-Drama-Mystery-Serie, die zehn Folgen hat, mit Julia Roberts und Bobby Cannavale, äh, in der Hauptrolle, äh, und zwar geht's um Homecoming. Ich habe jetzt gerade an eine andere Serie gedacht. Ich so, wie, das hat dich jetzt eiskalt erwischt. Also, Home... Also die Serie, wo du, Entschuldigung, als nächstes dann besprechen wirst, an die habe ich jetzt nämlich schon gedacht. Okay. Okay, Entschuldigung. Äh, nee, ähm, Homecoming ist, also, wenn du die Beschreibung liest, äh, Julia Roberts spielt eine Psychologin, die in einem Zentrum für, äh, Kriegs-Vietnam-Rückkehrer quasi tätig ist und... Falscher Krieg. Nicht Vietnam? Nein, später. Ah, Irak. Okay, dann Irak, ähm, also für Kriegs-Rückkehrer tätig ist und, äh, psychologische Betreuung leistet, um diesen jungen Soldaten, die, äh, vermeintlich die Rückkehr ins Leben, äh, zu ermöglichen. Und das klingt halt erstmal so, boah, hm, Julia Roberts, Psychologin, Kriegs-Rückkehrer, das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, aber dann kommt so ein dermaßen ungewöhnliches, so ein Mindfuck auf einem zu, der, ähm, mit verschiedenen Zeitebenen spielt, ähm, also mit zweien genauer gesagt, also einmal mit, mit Gegenwart und einmal Vergangenheit, also den Ereignissen in diesem Center und, äh, ein paar Jahre später, ähm, mit verschiedenen Stilmitteln und, äh, so fast schon Handy-Kamera-mäßigen Film-Ausschnitten mit Musik, die einfach mal so komplett anders ist, ähm, mich hat dann nach dem, beim ersten Vorspann schon hellhörig, hellhörig werden lassen, dass, äh, Sam Esmail beteiligt ist an der Produktion dieser Serie und Sam Esmail sagt dem einen oder anderen von euch vielleicht, was der Mr. Robot, ähm, gesehen hat, wir fiebern der vierten und letzten Staffel sehr, sehr entgegen, die kommt jetzt auch im Oktober. Nein, die im Dezember? Nee, die kommt im Oktober. Hui, ja. Ja, Mr. Robot ist, ist fantastisch und, äh, Sam Esmail, ähm, ja, hat da ein Stein im Brett und, also Homecoming ist, es ist unglaublich schwer, Homecoming zu beschreiben, was es ist. Also, äh, also das Lustige ist ja, weil ich hab ja, äh, im Vorfeld halt über die Serie halt nur Positives gelesen, ich hab aber nie gewusst, dass es das selbe Esmail ist und dann hab ich ja gesagt, hey, komm, wir gucken das jetzt und du so, äh, Julia Roberts, äh, Psychologin und erst wo dann, äh, Vorspann, Nachspann, dann der Name und ich so, oh mein Gott, das ist der ja tatsächlich, also, haben wir ja dann eh alles richtig gemacht und haben die Serie angefangen. Und, äh, ja, es ist, es ist sperrig, es, äh, wie es halt immer so sein Ding ist, also, er macht's einem ja halt wieder nicht einfach, also, aber es ist auf seine Art auch hier wieder meisterlich inszeniert. Ja, es, sagen wir mal, es ist, es entspinnt sich, also, so eine Geschichte, ähm, die, schwer, ohne zu spoilern, aber, ich sag mal so, äh, es wird ziemlich schnell klar, dass nichts so ist, wie es scheint. Ja. Oder? So kann man das schon sagen, ja. So kann man das sagen und daraus entspinnt sich so ein Mysterium, das sich halt dann vor einem ausbreitet, das halt dann bis hin zur letzten Episode dann erst, äh, Sinn macht. Also, manche Dinge, äh, machen halt überhaupt keinen Sinn am Anfang. Du denkst ja, what? Und wenn einem das nicht liegt, also, das, das muss man aushalten können. Es gibt so Serien, die machen das, ja, die einem halt einfach mal so Brocken hinschmeißen und wo du denkst, was? Ähm, ähm, und, äh, aber das belohnt diese Serie wirklich, äh, wenn man da dran bleibt und, also, ich muss wirklich sagen, also, Bobby, ähm, Canna Valley ist, ist ein Wahnsinns-Schauspieler. Mhm. Also, jeder von euch, der, also, den kennt, wird ihn wahrscheinlich sowieso schon vergöttern. Ich hab den, wir haben den neulich in Boardwalk Empire wieder gesehen, da hat der auch so eine Wahnsinns-Rolle. Der Typ ist, ich weiß nicht wieso, der, äh, äh, noch nicht zu höheren Berufen ist, äh, der hat einfach, der ist der Wahnsinn. Ja. Der ist der Wahnsinn und der spielt auch hier eine Hauptrolle neben Julia Roberts, auch hier wieder mit viel Herzblut dabei offensichtlich und, ähm, ja, Homecoming. Sie ist aber auch toll. Ja. Also, ich weiß, also, ich bin ja auch kein hundertprozentiger bekennender Julia Roberts Fan, aber es gibt halt einfach Momente und auch Filme, also, es gibt, es ist nicht jeder Film von ihr, wo ich mag, also, aber sie ist halt einfach, ähm, ja, ich, die Frau hat halt einfach was. Und das scheint jetzt bei dem Film jetzt ein bisschen weniger, also so, aber du siehst halt einfach, vielleicht ist es auch das Alter, was sie schon, was sie gut tut, ja, auf jeden Fall, weil halt da einfach nochmal eine Art von Reife halt in ihr Schauspiel kommt, ähm, das ist halt einfach, ja, sie ist halt jetzt nicht mehr so wie früher, dieses Everybody's Darling. Das hast du schön gesagt, ja, diese, diese, diese Reife in ihrem Schauspiel, das ist genau der Punkt. Ja, wo halt einem, also, mir gefällt es zum Beispiel viel besser als das Früher, also, natürlich habe ich auch Pretty Woman damals gemocht und so, aber dann die ganzen Filme so danach, das war dann einfach so, also, irgendwann mal, es wird schlimmer wie McRyan manchmal. Ja, aber die kam mir nämlich auch gerade in den Sinn, aber sie hat es halt im Gegensatz zu McRyan geschafft, sich zu emanzipieren, ähm, in Hollywood und halt jetzt auch wirklich, äh, die etwas, ja, schwierigen Rollen auch zu meistern. Ich meine, äh, so, sie, ähm, Augustin in Osage County zum Beispiel war sie auch fantastisch, ähm, und Erin Brockovich, äh, war auch ein, war ja der Erste, wo sie, wo sie sich, äh, als ernstzunehmende Schauspielerin auch etabliert hat. Ähm, also, ich, ich bin weit davon entfernt, äh, ein Julia Roberts Fan zu sein, aber ich, ich erkenne an, dass sie, äh, sich da echt gemausert hat, zu einer ernstzunehmenden Schauspielerin und auch hier jetzt in Homecoming, äh, absolut liefert. Ja, absolut, ja. Ja, tolle, tolle Rolle, die sie da hat und, äh, ja, macht euch, also bei Homecoming auf was gefasst, mit dem ihr nicht rechnet, das ist einfach… Auf was? Achso. Ja, es ist was, es ist was, ne, es ist sowas komplett anderes, als man erwarten würde und, ähm, es ist jetzt, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil es eine andere Thematik ist, aber vom Gefühl her hat es mich an Lost erinnert. Mhm. Weil du bei Lost auch so denkst, naja, hier stürzt ein Flugzeug auf einer Insel ab, haha, und dann merkst du schon in der ersten Folge, okay, da ist nicht alles so, wie man glaubt, dass es ist. Ja. Und so müsst ihr euch das auch vorstellen, ist nicht Lost, ja, aber das, vom Gefühl hat mich das so ein bisschen dran erinnert. Ja, wirklich. Homecoming ist, war für mich eine echte Überraschung, ich dachte, boah, was zur Hölle. Ja, also soll es ja auch eine zweite Staffel geben, aber ich glaub, ohne Julia Roberts und wieder mit Sam Esmail, oder? Ich weiß es nicht. Aber es soll auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Ja. Bin ich zwar gespannt, wie sie das weiterführen wollen, aber gut, das hätte jetzt auch als alleinstehende Miniserie super funktioniert. Gleich läuft es auch so auf Anthologie-Serie hinaus. Das kann sein, ja. Ja. Gut, dann bist du mit deiner letzten, ja, mit deiner letzten Serie dran. Genau, und auch hier wieder eine Serie, die ich alleine geschaut habe. Und zwar ist das Divorce, also auf Deutsch Scheidung. Da hab ich aber auch ein bisschen was mitbekommen. Also, das, was du immer gesehen hast, dann mittwochs abends vorm Schlafengehen, das war doch ganz gut, oder? Ja, 2016, schon ein bisschen älter, ne? Ja, aber bis jetzt, und die Serie ist ja noch nicht fertig, also kannst du von 2016 bis, weiß ich nicht, heute, genau. Und, also drei Staffeln gibt es auf Sky. Und, äh, das Ganze auch hier wieder Comedy, Drama und, ähm, mitspielen tut die Serie Jessica Parker, die ich, ähm, ja. Ja, die man halt aus Sex in the City kennt. Die kennt man aus Sex in the City, ja. Und ich bin ein riesen Sex in the City-Fan. Also, ich hab die Serie damals geliebt und gesuchtet und das war halt einfach, äh, ich hab die auch tatsächlich, ja, du nicht, eigentlich wärst du echt mal fällig, die Serie anzuschauen. Doch, doch, doch. Und, ähm, ich hab die damals, also ich hab die auch wirklich schon zweimal gesehen. Also, das ist eine der wenigen Serien, wo ich, ja, schon zweimal gesehen hab. Und, ähm, sie, ja, ich weiß, es gibt viele, gerade Männer, die sind ja nicht so der Fan von ihr, weil sie halt, wie so, aussieht, wie sie aussieht. Nee, also, nein, ich weiß nicht, woran es liegt vielleicht, weil sie sieht halt schon immer so ein bisschen aus wie die typische Zicke. Aber sie hat halt einfach einen, einen Stil und ein, ein, und das ist das, was ich an der Serie halt auch sehr mag. Und, ähm, ihr Ehemann, oder dann, weil das ist jetzt kein Spoiler, weil es geht ja um Scheidung, ihr Ex-Mann wird gespielt von Thomas Hayden Church. Und die zwei als Paar, das ist halt wirklich, ähm, ja, also vom Humorfaktor her halt schon, also, das ist jetzt aber kein Schenkelklopferhumor, sondern das ist halt, also, was da, von den Dialogen her. Und was da immer zwischen den beiden halt läuft und gerade der Thomas Hayden Church, der spielt halt schon irgendwie so ein, ja, er ist schon ein bisschen ein Trottel. Also, auch, ähm, so ein bisschen emotional auch, nicht richtig ausgebildet, also, wo du denkst, so, der sagt und macht manchmal Sachen, wo du denkst, so, hä, das ist jetzt ein Fünfjähriger. Und, ähm, zu Recht hat die Frau sich von ihm scheiden lassen und die haben halt auch zwei Kinder und, äh, die sind halt auch schon erwachsen, die gehen auch schon in die Schule oder ins College oder, also, die sind auch schon sehr lange verheiratet. Und da geht's halt einfach in diesen Staffeln, wie es halt so ist, wenn eine Familie oder wenn zwei Menschen, die sehr, sehr lange zusammen sind, sich jetzt halt trennen und was das halt mit einem macht und auch die Gewohnheiten oder, weil das ist ja nicht einfach. Und, ähm, du hast ja ein ganzes Leben eigentlich schon mit den Menschen auch geführt. Und, ähm, was noch dazu kommt, ist, sind, äh, gerade die Freunde von, äh, Sarah Jessica Parker, die Molly Shannon und die Talia Balsam, das sind ihre Freundinnen. Die eine ist Psychologin und die andere ist irgendwie, ja, reiche Ehefrau und, äh, ihr Mann, äh, wird gespielt von Tracy Letts und das sorgt halt auch nochmal so ein bisschen für, ähm, ja, die Comedy-Elemente, weil die halt auch, also, mehr als verschoben sind. Also, es sind lauter verschobene Charaktere, ähm, sehr liebevoll gestaltet, finde ich, das Ganze. Also, da wird jetzt auch keiner irgendwie, weil er irgendwie ein bisschen bekloppt ist, da wird jetzt keiner bloßgestellt oder so. Also, es ist alles sehr warmherzig und die Figuren, die gehen einem unglaublich schnell ins Herz und, finde ich, also, ich, das ist wirklich, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das ist, ist auch eine HBO-Serie, muss man auch noch dazu sagen, weil das ist auch immer so ein bisschen so ein Qualitätsmerkmal, finde ich. Ja. Und, ähm, also, das ist zum Beispiel eine Serie, die würde ich jetzt glatt nochmal anschauen. Also, weil die halt auch, die Folgen sind auch ganz kurz, geht nur eine halbe Stunde. Also, auch bestes, äh, Abendformat wieder. Gibt allerdings schon 25. 25 Folgen, ja, aber die hat man wirklich. Also, die letzte Staffel hat leider nur acht Episoden. Also, die sind nicht immer gleich lang. Also, von den 25, der eine hat, glaub, zehn, die andere, glaub, acht und sechs und irgendwie so. Also, jo. Also, das lege ich euch wirklich ans Herz. Ist vielleicht jetzt mehr was für Frauen, aber das kann man auch zu zweit schauen. Also, das, was ich gesehen habe, so nebenbei, ist, äh, hat mich jetzt nicht abgetönt. Also, überhaupt nicht. Ich fand, ähm, die Dialoge spritzig, die Figuren, äh, glaubwürdig, nicht, nicht doof. Gar nicht. Sympathisch. Also, es ist eine sympathische Serie, die, äh, ich jetzt nicht aus eigenem Antrieb gucken würde. Aber, wo ich, äh, als Mann jetzt nicht, nicht die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, oh mein Gott, äh, eine Vampirromanze. Ja. Nein, da gibt's keine Hexen, keine Vampirromanze. Nein, nein, es ist, äh, wie dachte ich, ich kann da keine, ich hab da keine gefestigte Meinung zu, aber das, was ich gesehen hab, ist, 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 hat mich jetzt nicht abgetönt. Ja, vor allem halt, der Thomas Hayden Church, der hat halt auch noch, also, er ist ja schon wirklich, ähm, ein emotionales, äh, eine emotionale Nullnummer und der hat eine Schwester und sowas, das hast du noch nicht erlebt. Ja, das ist wirklich die schlimmste Schwester, die man nur irgendwie haben könnte auf diesem Planeten, also sowas, also. Schlimmer als Janice von, äh, ja, ja, Sopranos, okay. Schlimmer, ja. Ja, okay. Die ist wirklich schlimm, also, wo du einfach denkst, so, wie, 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 wie schaffen die das überhaupt, mit ihr nochmal zu reden, weil eigentlich müsstest du sie echt die ganze Zeit schlagen, weil sie so schlimm ist. Weißt du, woher ich den Thomas Hayden Church immer noch kenne und liebe? Sideways. Sideways, ja. Müssten wir noch mal wieder gucken. Ja, das ist echt sehr lange her. Also, den habe ich einmal gesehen und es ist sehr lange her. Also, den kommt man echt mal wieder. Eine bitter, bitter, süße Dramödie von, ähm. Ja, und da wir in Sideways, ist er da ja auch, also, so, dieser. Oder auch so einen leicht trotteligen. Ja, so dieses Tumpe halt auch so, das sagt man auch so. Ja, so ein Tumpe, ja. Und, ähm, ja, wo halt einfach mit sich, weil der ist ja auch riesig, der ist ja auch ganz groß. Ja, der ist ein ziemlicher Schrank, ja. Genau, und der hat ja auch, also wirklich dieses schrankhafte Aussehen. Und da merkst du halt einfach so, der weiß halt einfach nichts mit sich anzufangen. Und so spielt er halt auch. Und aber ganz toll. Also, ja. Ja, dicke Empfehlung. Divorce. 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 Die Scheidung. Also Scheidung, ja. Also lasst du dich jetzt bitte nicht scheiden. Nein. Die Scheidung ist keine Empfehlung, sondern die Serie. Nein, 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 die Serie heißt es ja, genau. Ja, dann habe ich noch eine. Und ich finde sogar, dass es tatsächlich so eine Art krönender Abschluss der heutigen Folge ist. Haben wir auch zuletzt gesehen. Das heißt, erst letzte Woche fertig geguckt. Wir beide sind hellauf begeistert. Oh ja. Dicke Empfehlungen an alle, die irgendwie auch nur einen Hauch von Seele in sich haben und ein Fäbel für gute, schöne Fantasy-Geschichten. Dann schaut euch bitte der dunkle Kristall Ära des Widerstands auf Netflix an. Ja. Jetzt guck mal, guck dir das an. Ich denke nur dran und kriege eine Gänsehaut. Also es ist wirklich Wahnsinn. Weil es ist ja so, wir haben uns vor längerem, vielleicht kennt es der eine oder andere von euch, Jim Henson, der Gründer, der Schöpfer der Muppets, hat ja ein Studio und hat ja seinerzeit so Filme gemacht, wie, ja, das Labyrinth. Die Reise ins Labyrinth. Genau. Oder eben auch der dunkle Kristall 1982. Und jeder, der diesen Film kennt, wir haben uns den vor, ja, längerem mal wieder angeguckt. Wir haben den auf. Ich hatte den damals zum ersten Mal gesehen. Du hast ihn zum ersten Mal gesehen. Und naja, ich sag mal, wenn man den. Ich hab den auch nicht gesehen. Es war für uns beide quasi das erste Mal. Und es ist, ja, es ist mit Puppen. Es ist mit handwerklich wirklich hervorragend gemachten Puppen. Auch der Film 1982 hatte so von der, die Geschichte ist toll, aber die Erzählweise ist, sag ich jetzt mal, der Zeit entsprechend wahrscheinlich so ein bisschen, naja, gemächlicher. Einfach so mal den heutigen Sehengewohnheiten nicht mehr so entsprechend. Und demnach hat man so, wenn man jetzt da keine nostalgischen Gefühle damit verbindet, als Erwachsener da so erstmal so ein bisschen Distanz oder so. Und deswegen waren wir da, glaube ich, auch so ein bisschen reserviert, als dann dunkler Kristall angekündigt wurde als Serie, die quasi die Vorgeschichte zu diesem Film von 1982 erzählen sollte. Und dann sah der Trailer zwar fantastisch aus, aber wir hatten, glaube ich, so im Hinterkopf immer noch so unser Gefühl, als wir den Film geguckt haben. Ja. Also ich zumindest. Ja, das war ja, war ja schön und nett, aber muss ich mir da jetzt zehn Folgen am Stück und so und eine Stunde jeweils? Und ja, ihr müsst, ihr müsst, weil unglaublich fantasievoll detailverliebt dieses, meine Befürchtung, weil das ja alles Puppen sind, die natürlich jetzt nicht so dieses emotionale Spektrum haben in den Gesichtern, dachte ich mir so, das würde mich jetzt irgendwie kalt lassen. Ganz im Gegenteil, also die schaffen es, eine Geschichte zu erzählen, die dir ans Herz geht, die dich mitreißen, die, also fantastisch. Ja, ja. Fantastisch, also der dunkle Kristall ist, ja, wunderschöne Fantasy, wunderschöne Fantasy, auch weit abseits dieser ganzen abgetretenen Fantasy-Pfade. Da sind keine Elfen, keine Zwerge und keine, keine, keine Oger oder keine Orks oder sonst irgendwas. Wie sie alle heißen halt. Keine Zauberer im klassischen Sinne und. Ja, das stimmt eigentlich, es gibt ja nur zwei Völker. Ja, genau. Und? Ne, drei. Drei? Gibt schon mehrere. Wieso? Ja, die Gelflinge, es gibt die Skechse, es gibt die, ähm. Achso, jetzt stimmt, die Mystiker. Ja, die, ja, und wie heißen die anderen, die, die, der Paladin, der Kleine? Oh, ja, Entschuldigung. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Es gibt schon verschiedene Rassen, aber so die Hauptprotagonisten sind, ja. Stimmt. Sind schon. Entschuldigung. Aber, aber, äh, grundsätzlich findet man, äh, da so eine ganz eigenständige Welt vor. Ja. Das ist halt das Tolle. Auch das Erfrischende, ja. Ja, und, ähm, das, und wenn es der Film halt schafft, äh, wenn es die Serie halt, wenn die Einschaft ist, man will eigentlich danach sofort den Film nochmal gucken, um zu sehen, wie es jetzt eigentlich, also, ich weiß nämlich schon gar nicht mehr so richtig, wie es eigentlich ausgeht. Ich auch nicht mehr, aber ich meine, es geht, glaube ich, gut aus, aber, also, ich hoffe halt nur, dass die halt wirklich das jetzt nochmal machen und, ähm, aus dem Film quasi die zweite Staffel machen. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Also, ich glaube auch, dass sie es machen. Und, ähm, es ist, es ist ja, glaube ich, ab zwölf, oder? Ab wie vielen Jahren ist das? Ich gucke, nein, ich gucke gerade mal nach. Weil, also, ich fand ja so ein paar, ähm, Szenen oder so ein paar, ähm, Handlungen, wie die halt zwölf, ja. Zwölf, ja. Ist auch gut so, dass es ab zwölf ist, weil es ist jetzt, auch wenn es mit Puppen ist, ist es jetzt wirklich keine Kinderserie. Manchmal erstaunlich heftig. Grausam. Also, ja, also, es ist nicht, nicht blutig, nicht blutig, aber es ist einfach, wenn du das so mal runterbrichst, was da halt auch untereinander gemacht wird oder was die Sketche, Skechse, 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 Allmächtigste. Also, was die halt da mit den Gelflingen da machen, das ist halt schon grausam. Also, es ist wirklich grausam. Und, äh, wenn das jetzt keine Puppen wären und es wäre Realverfilmung und so, meine Fresse, der Film, die Serie wäre so dermaßen ab 18. Ab 16 oder ab 18, ja. Ab 18 und das Ganze ist natürlich jetzt noch mal ein bisschen harmlos, weil es Puppen sind, aber wow. Oh, also, manchmal habe ich echt gedacht, boah, ist das jetzt gemein oder ist das jetzt grausam und denkst so, oh man. Und, also, weil manche Völker halt wirklich, also gerade die Pots, heißen die Pottlings? Pottlings, genau, die Pottlings, die sind ja auch so süß und wie die halt reden und manche haben ja auch eine eigene Sprache oder dann gibt es ja dieses wuschelige Teil da, wie eigentlich aussieht wie so ein Hund, wo aber eine ganze Zeit noch macht, also es ist wirklich unglaublich fantasiereich, also wie beste Fantasy ja eigentlich auch sein soll. Ja. Und es ist auch sehr detailreich, also da gibt es dann halt die ganzen Szenerien, die ganzen Orte, die Kostüme, also das Setting, da haben die sich ausgetobt, also. Es tut sich auch immer was. Ja, ja. Also diese Bilder sind so dermaßen lebendig. Es sind ja nicht statisch oder so, ja genau. Und sie haben natürlich CGI verwendet, aber so dezent, dass es dich nicht rausreißt, sondern du bist einfach in dieser Welt und irgendwann gewöhnst du dich so an diese eher statischen Gesichter der Puppen, auch an diese Einstellung, dass du halt in der Regel keine Füße siehst. Das sind ja eher ungewohnte Kameraeinstellungen, also von unten. Und irgendwann gewöhnst du dich dran, vergisst es total und verlierst dich in dieser fantastischen Geschichte, die mich also nicht nur einmal überrascht hat, wo ich mir echt gedacht habe, boah, das machen die jetzt nicht wirklich. Und natürlich ist es immer so eine kleine, so ein bisschen kindlich, ist es ein bisschen naiv, aber nicht, aber trotz allem erstaunlich erwachsen und am Anfang dauert es so ein bisschen, bis diese Geschichte an Fahrt aufnimmt, aber meine Fresse nimmt die Dimensionen an und wie gesagt mit einem Einfallsreichtum und ein toller Soundtrack, toller Soundtrack. Ja, auch, also die Musik ist auch ganz toll, also es passt auch wunderbar dazu. Ja, im englischen Original haben da jede Menge prominente Sprecher in Figuren ihre Stimmen verliehen, also ich habe mir nur irgendwie drei aufgeschrieben, also Mark Hamill spricht, Natalie Dormer und Lina Heddy von Game of Thrones bekannt, die Nathaniel, wie heißt die, auch von Game of Thrones, spricht auch, also man geht diese Liste so durch und denkt sich, boah, lauter Bekannte. Und mein absoluter Liebling ist ja, also der Kammerdiener oder der Kämmerer, der wird im Englischen von Simon Peck gesprochen. Stimmt, Simon Peck ist auch dabei. Ja. Er ist toll. Ja. Also Dunkelkristall, Ära des Widerstands, Age of Resistance. Übrigens für mich ein ganz, ganz großes Highlight des ausgehenden Jahres 2019. Ja, ist doch noch ein bisschen. Ja, haben wir schon Oktober. Okay. Ja, aber wir haben mal was, wie wir jetzt alles geschaut haben in den acht Monaten, also. Ja. Ja, was haben wir, wollen wir denn nochmal runterrattern, was wir sonst so geguckt haben? Soll ich dann, weil meine Liste ist, glaube ich, länger. Ja, aber da sind ja meine auch dabei. Ach so, okay. Nur mal ohne Wertung, ohne Reihenfolge, einfach nur, dass hier ein... Okay, also wir haben geschaut, äh, Der Dunkle Kristall, ich hab geschaut, Succession, die erste Staffel, bin jetzt grad bei der zweiten. Fleabag, eins und zwei, Mindhunt, der zweite Staffel, Boardwalk Empire, eins bis fünf, das haben wir jetzt nochmal nachgeholt. Thirteen Reasons Why, die zweite Staffel. Divorce, eins bis drei, Discovery of Witches. The Boys, Dark, die zweite Staffel. Dann Rookie, die erste Staffel. Ich hab dann nochmal nachgeholt, True Blood allein, die siebte Staffel, dass es mal abgeschlossen war. Vampiromanze. Ja, aber ich wollte es dann einfach mal abschließen. Dann, ähm, ihr hört schon an meiner Stimme, dass das Ende mich nicht begeistert hat. Egal. Homecoming, Big Little Lies, die zweite Staffel. Altwood Carbon, Stranger Things, die Staffel drei. Dann, äh, Homeland, Staffel sieben. Dann, da gibt's jetzt zum Glück noch eine achte. Mhm, angekündigt. Ja, dann Happy, die zweite Staffel, Chernobyl. Und letzte, Happy. Happy, oh, leider, schade. Dann Chernobyl, dann Der Name der Rose, The Good Omen, Vikings eins bis drei. Ja. The Umbrella Academy, Outlander Staffel drei, Game of Thrones, die Staffel acht, der Pass, The Expanse, Staffel drei. Dann Russian Doll auf Netflix, American Crime Story, die Staffel zwei. Versace. Versace, genau. Love, Death and Robots, The Marvelous Mrs. Maisel, True Detective, die Staffel drei. Und This Is Us, Staffel zwei. Ja. Wahnsinn, oder? Das waren jetzt die 33 Serien, die du geguckt hast. Genau, und wir auch zusammengeschaut haben jetzt von Februar bis jetzt. Also, wie gesagt, mein Highlight bislang, aber wir haben ja schon eine Serienempfehlung abgegeben, in der Episode 40 war Chernobyl. Also, Chernobyl sticht da heraus, in vielerlei Hinsicht. Also, die muss man echt gesehen haben. Ja. Also, wirklich, wirklich. Und wenn es eine ist, ja. Aber, wie gesagt, Dark Crystal trifft einfach da so einen ganz anderen Nerv bei mir und hat uns wirklich total abgeholt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass uns die so begeistert. Ja, und wir haben ja gestern, vorgestern, am Freitag, also die aktuelle Serie, die wir gerade schauen, ist How to Sell Drugs Online Fast. Deutsche Serie. Deutsche Serie auf Netflix. Ja, super, super. Und, ja, die ist halt auch super kurz auch. Also, die haben wir, glaube ich, jetzt dann auch. Die haben wir dann bald durch. Ja. Heute wollen wir uns eigentlich noch die Doku angucken, wollte ich jetzt eigentlich noch erwähnen. Zu Dark Crystal gibt es eine Doku auf Netflix und Making Of geht so knapp eineinhalb Stunden. Ich glaube, dass das unglaublich interessant ist. Ja, glaube ich auch. Ja, werden wir uns noch geben. Ja, Ausblick. Ja. Also, unser Serienausblick. Es ist, allein unser Trailer Marathon gestern haben wir schon wieder diverse Serien. Also, eine, die wir, glaube ich, ziemlich bald anpacken werden, ist diese Undone. Auf Amazon Prime. Auf Amazon Prime, die so ein bisschen in diesem Scanner Darkly retroskopierten Stil daherkommt, so übermalt. Auch so ein bisschen Zeitreisen, total abgespaced aussieht. PK ist angekündigt. Kommt nächstes Jahr. Kommt nächstes Jahr auf Amazon. Ja. Wir haben, ja, Apple, die erste große Apple-Produktion C mit. Ich fand's jetzt nicht schlecht. Ja, mit dem, wie heißt der? Mit dem Aquaman. Mit Jason Mormor. Jason Mormor, ja. Mormor. Genau, der spielt da mit. Was haben wir noch gesehen? Diese Facebook, diese Serie mit Paul Rudd. Ja, ja, ja. Das ist aber auch Netflix, oder? Das ist Netflix. My Everything, my Daily Everything, everybody living, was? Ja, ja. Wir haben ja super, super recherchiert. Wir zwei. Ja, ich wusste nicht, dass wir jetzt eine Serien-Vorschau machen. Also jetzt, ich dachte jetzt eigentlich, wir reden über den Film, den wir als nächstes schauen werden. Im Kino? Ja. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Mal schauen. Living with Yourself. Ja, genau. Living with Yourself. Paul Rudd ist sowieso. I'm living on the edge. Ja, der nächste Film, den wir gucken wollen, also vielleicht mal kurz, also was Netflix alleine raushaut in den kommenden Monaten. Aber auch an Filmen. Auch an Filmen. Also Filme, das ist jetzt wirklich krass. Also wir haben, also gestern, wo wir diese halbstündige Trailer-Show gesehen haben, haben wir gedacht, okay, also prinzipiell ist es so, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Also das Einzige, was uns zwingt, aus dem Haus zu gehen, ist, dass wir Geld verdienen müssen. Ja. Ansonsten könnten wir, ja und vielleicht auch mal, wobei frische Luft schnappen kann wir auf dem Balkon, wir haben zum Glück einen, oder strecken einfach die Nase aus dem Fenster. Krass, oder was die raushauen. Ja, weil, also auch dieser eine Stephen King jetzt da mit dem, mit dem Gras und. Dieser Michael Bay-Film. Dann der Michael Bay-Film, genau. Dann The Irishman. Ja, ja. Ja, 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 Wahnsinn. Alles Netflix-Filme und dachte mir so, meine Fresse, was hauen die denn da raus, weil die Filme fand ich bislang immer so, meh. Die Netflix-Filme. Aber das sieht nicht nach meh aus. Nee, also der letzte, äh, dem, fand, ne, was heißt meh, also Annihilation fand ich, fand ich gut, ich fand Birdcage gut. Ja, die Auslöschung, ja. Nee, Birdcage, heißt der Birdcage? Nein, Birdbox. Birdbox. Birdbox hieß der mit der Sender Bullock. Der war auch gut. Ja, ähm, werden immer besser, feinbar, aber waren jetzt auch viele, ein paar Gurken dabei und jetzt hauen die da Sachen raus. Weißt du, du siehst den Trailer, so denkst du, okay, wann kommt der ins Kino? Wummel, zack, Netflix. Netflix, ja, Wahnsinn. Deswegen, also, ja, also es ist, mittlerweile ist es jetzt auch keine Entschuldigung mehr, also es gibt halt, wenn wir halt mal wieder im Kino sind und wir gucken uns dann halt, wir gucken uns dann zu Hause auch die Trailer an und so und es ist halt einfach, die letzten Monate, da hat, da war halt einfach nicht viel und wir haben jetzt auf S, haben wir uns sehr gefreut. Ad Astra hätten wir auch gerne im Kino gesehen, weil der muss richtig gut auch sein. Ähm, aber da passt es dann halt wieder mit den Spielzeiten auch nicht und das ist halt so, wenn man halt, ähm, als arbeitender Mensch ist halt, ja, ist halt einfach schwierig und, ähm, deswegen, ja, ist natürlich, ist man da halt einfach auch dankbar, dass man halt als Film- und Serienliebender Mensch, ähm, es halt solche Sender wie jetzt zum Beispiel Netflix oder auch Amazon gibt, die halt sagen, okay, wir wollen halt, es gibt natürlich auch ein paar Gurken, muss man, braucht man nicht reden, aber es gibt halt unglaublich gut oder auch HBO und alles, was auf Sky halt einfach läuft und, ähm, es gibt halt einfach unglaublich viele gute Serien und da sind halt Leute dahinter, die halt einfach Qualität auch liefern und auch bringen. Ja, und es ist halt auch eine Entwicklung der letzten 10, 15, 20 Jahre, die man da so mitgemacht hat. Ja, also es ist der Wahnsinn, also was da jetzt einfach geliefert wird und es ist einfach manchmal, von den Geschichten her passt es halt auch immer besser in das Serienformat, also wo ich mich jetzt zum Beispiel auch riesig drauf freue, ist auf Watchmen, auf HBO, die HBO-Serie. Ja, sieht auch verdammt gut aus. Dann, äh, His Darkest Material, ähm, der Goldene Kompass, der jetzt auch von HBO, ähm, gemacht worden ist, also der Trailer sieht richtig, richtig geil aus. Oder wie heißt der, Carnival-Row mit der Cara Delevingne und dem Orlando Bloom auf, auch auf Amazon, der läuft jetzt zwar schon, aber auf Englisch und, also auch von der Auswahl einfach her, also es ist jetzt nicht, ja, oder auch gestern, Herr der Ringe kommt, oder auch jetzt das mit diesen Liebesgeschichten auf Amazon, wo wir gestern auch geschaut haben mit Anne Hathaway, auch toll, also da ist wirklich, das Spektrum ist halt von bis, es ist halt wirklich alles dabei, es ist für jeden was dabei, es ist, würde ich mal wirklich sagen, der überwiegende Anteil ist wirklich gut auch gemacht und mit Herzblut und, ähm, ja. Ja, es ist, ich mache, ich warte eigentlich immer nur drauf, bis sie irgendwann mal Puff macht und Netflix implodiert, weil sie da, also ich weiß nicht, wie sich das finanziert, keine Ahnung, ist mir auch egal, als Konsument, äh, finde ich, ja, äh, ist, ist das Angebot fantastisch, also, es, what a time to be alive, wie man im Neudeutsch sagen würde, also gerade im Serienbereich, ähm, so sehr einem das Kino gefühlt zu so einer Art Blockbuster-Einheitsbereich verkommt, das mag jetzt, ist ein bisschen ungerecht vielleicht, äh, ja, aber, ich habe schon so das Gefühl, dass ich das, das, vielleicht hat es jetzt auch speziell mit uns zu tun, aber es verlagert sich schon viel in, in, in den TV-Serienbereich, weil die einfach die Zeit haben und mittlerweile auch das Geld und mittlerweile auch die Leute. Was, was aber irgendwie schade ist, weil man will man das jetzt einfach, weil wir sind ja, ähm, sehr, sehr umwelt- und klimabewusste Menschen. Ja. Wir zwei. Und wenn man sich, und ja, es gibt, wie alles, was man mittlerweile auf diesem Planeten tut, gibt es halt eine Statistik. Und es ist natürlich auch so, dass ein, ein Kinobesuch, äh, von der, ähm, Stromerzeugung oder vom, vom CO2-Fußabdruck natürlich besser ist, als wenn man jetzt zu Hause halt streamt, 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 streamt. Ähm, das stimmt schon auch. Ja, man kann halt nicht überall perfekt sein. Es ist aber leider halt auch so, dass so ein, so ein, wir haben ja auch schon den Trailer, so 50.000, es gibt, mittlerweile ist es ja so, dass das, das die Trailer, es gibt jetzt schon fünf verschiedene Trailer, bis der Film dann endlich mal rauskommt, zum Beispiel dieser Gemini-Man. Ja, Gemini-Man, ja. Ähm, ja, Trailer war immer kacke, kacke, kacke. Und jetzt ist die Kritik draußen, ja, Film ist auch kacke. What a surprise. Ja. Ähm, dann auch Walt Disney mit dem Maleficent, 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 habe ich es richtig gesagt? Ja. Schon. Jetzt ja. Klingt so komisch. Jetzt ja, gell. Ja, mein Gott, was soll denn der Film jetzt? Also, braucht doch auch kein Mensch. Also, dann bitte geht doch auch wieder her und macht gutes Kino fürs Kino. Also, nicht immer nur für Serien, also, wobei den Appell, den wird jetzt eh keiner hören, wo was zu sagen hat. Ich finde, du hast recht mit deiner Beobachtung, dass das halt, also, ich finde, dass wir mittlerweile ein sehr gutes Gespür dafür entwickelt haben. Gut, ist nicht allzu schwer, weil die Trailer, aufgrund der Trailer schon irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, ob der Film womöglich was reißt oder nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt sowas wie Is Chapter, Kapitel 2 angucke, denke ich mir, naja, ein hervorragend gemachter Trailer bewahrt einen dann ja auch nicht vor Mittelmaß, aber er minimiert so ein bisschen schon so ein bisschen die Gefahr. Also, weißt du, man merkt schon oftmals, ob sich jemand bei einem Trailer Mühe gegeben hat oder ob halt einfach nur, also, ich fand zum Beispiel diese Trailerschau von gestern, also gestern auf der Couch, wo wir auch Kino-Trailer geguckt haben, zum Teil echt ermüdend, weil das immer, gefühlt immer die gleiche Schlagzeug-Orgie und... Ja, die Musik machen wir irgendwie gleich. Also, selbst auch die ganze Netflix-Produktion, also, natürlich, also, da ist jetzt dieser eine Film zum Beispiel mit, mit Rain Reynolds war dann irgendwie so ein... Six Undercover oder wie heißt der? Ja, die sind irgendwie alle tot und irgendwie, äh, von Michael Bay, äh, die Geschichte... Tausend Explosionen. Ja, tausend Explosionen und irgendwie sind alle tot und irgendwie sind alle ganz toll und, ähm, aber sie sind halt das Team überhaupt, um irgendwie was zu reißen und ja, die Action-Sequenzen, die sehen halt wirklich high-class aus. Also, wow, 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 aber da, 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 da bist du ja schon völlig gaga, wenn du halt den Trailer halt schaust, also, ähm, ja. Wie heißt's dann? Six Underground. Six Underground, genau. Michael Bay-Produktion, äh, es explodiert einfach alles und immer. Ja, und es sieht gut aus. Es sieht verdammt gut aus. Der Trailer ist so, der muss nicht sagen... Ja. Mein Gott. Ich sag ja nicht, dass, nur weil Netflix so viel raushaut, dass alles auch qualitativ gut sein muss, darf und kann, aber der, der... Das tut dann halt nicht weh, also ich hab jetzt im Prinzip nur Zeit verschwendet. Ich bin nicht rausgegangen, hab, ähm, nicht irgendwer mich mit dem blöden Kino-Personal rummerkern müssen. Entschuldigung, ich schlag mich schon für diesen Kommentar. Aber, ähm, ja. Ja, aber es ist, äh, überstaunlich halt, also du guckst den Trailer, denkst, äh, again, Michael Bay, Kraft, boom. Und dann, was, Netflix? Das war eigentlich eher so das... Ja, weil das wusste ich gar nicht, weil ich hab schon gewusst, dass er da in so einem Kumpen war. Ich hab den Trailer auf Instagram ein bisschen gesehen und dachte so, okay, ja. Nun denn. Nun denn. Unser nächster Film. Jetzt haben wir uns gerade in einer etwas philosophischen, ähm, Exkursion, äh, TV-Serien versus Kino, äh, verloren. Ja, also letztendlich, ich glaub, da ist ein bisschen die Mischung von allem. Also gestern haben wir zum Beispiel ganz oldschool eine Blu-ray eingelegt. Und haben gar nicht gestreamt. Wir haben natürlich schon ein bisschen Strom verbraucht, aber halt... Ja, es ist für die Anna geguckt. Bisschen weniger wie sonst vielleicht. Und, ähm, ja, das ist, versucht, jeder muss das immer mit sich selber ausmachen und versucht halt einfach, ähm, das Beste rauszuholen. Einfach um nochmal da ein, ein, ein... Aber da, da könnten wir jetzt auch nochmal einen eigenen Podcast nur über solche Themen halt füllen. Deswegen. Einen anderen Podcast. Einen anderen Podcast. Nicht diesen Podcast. Nicht diesen Podcast. Da geht's um Film und Säge. Genau, dieser Podcast gibt nochmal einen Ausblick, welchen Film wir als nächstes sehen wollen. Ja, oh, endlich. Also da auch hier wieder, ähm, die Trailer sind alle, muah, Wahnsinn. Also, wer den nicht sehen will, weiß ich nicht. Und jetzt auch hier wieder, er lief ja schon in Venedig und er hat ja sogar einen Preis bekommen. Mhm. Und, äh, viele, die ihn auch gesehen haben, also er mag sehr verstörend sein und auch hier wieder der Jokin Phoenix, der hat sich ja wieder die Seele aus dem Leib gespielt und, ähm... Die Rede ist von... Joker. Ja. Und, äh, wenn der Film uns sehr, sehr gefallen wird, werden wir dann gleich danach heulend rauslaufen, weil es wird keine Fortsetzung geben, weil die Bedingungen, dass er diesen Film macht, war, dass es keine Fortsetzung geben wird. Tja, ist auch mal gut. Ist auch gut. Also, es wird halt einfach nochmal, ähm, es ist auch nicht angesetzt in irgendeinem Universum oder so, oder jetzt, ähm, da kommt jetzt auch kein Superman um die Ecke oder, oder ein Robin oder... Oder ein Batman. Oder ein Batman. Ja, genau, ein Batman. Ich hab noch an Batman gedacht und dachte so irgendwie, ja, aber da ist doch Batman, aber es ist ja der Joker. Mhm. Nee, wir sind gespannt. Ja. Es, glaub ich, so, spielt so ein bisschen auch mit den Erwartungen. Ich mein, ich glaub, dass der auch so ganz anders wird, als man sich so typischerweise eine Marvel, äh, eine DC-Comic-Verfilmung vorstellt. Ist es eigentlich offiziell eine DC-Comic-Verfilmung? Klar. Ja? Joker ist ein DC-Charakter. Ja, ist schon klar, aber steht dann da DC-Vertico? Ja. Okay. Hundertprozentig. Okay, gut. Warner Brothers, DC. Ja. Okay. Ähm, ja, aber, ja, ich glaube, dass das echt ein ganz, ein erfrischend anderer Ansatz ist, also im Prinzip, es wird halt immer mit Taxi-Driver verglichen. Ja. Und ich glaube, da war auch der Ansatz da. Ja. Und wenn das so ist, dann ist es großartig. Ja. Wir sind gespannt. Ja. Wir freuen uns sehr. Und darüber werden wir auch podcasten. Schwör. 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 Ja, das, das kriegen wir hin. Ja. Das kriegen wir hin. Hey. Das machen wir. Ja. Ja. Das klang jetzt so, also, vielleicht. Nee, nee, das machen wir. Das kriegen wir hin. Wirklich, wirklich. Ja, wirklich, wirklich. Ja. Nun denn, dann haben wir es geschafft, oder ihr habt es geschafft. Ja, eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden zu quatschen. Komm, die zwei Minuten, die schaffen wir noch. Nee, Spaß. Achso, wir müssen ja eh noch was vorlesen. Ja, genau. Wir müssen, jetzt hast du verraten, dass wir das immer ablesen. Das hat bestimmt doch überhaupt niemand gemerkt. Nein. Dass es immer das Gleiche ist. Ja, wenn ihr uns Rückmeldungen geben oder uns unterstützen möchtet, dann erzählt bitte euren Freunden von uns. Ihr könnt uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Ihr könnt diese oder jede andere Folge kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen. Die Bösen. Die Bösen. Oder uns anderweitig eine Sache- und Geldspende zukommen lassen. Allerdings und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client Eus Vertrauens und natürlich auf cut.exklamatio.de. Im Übrigen noch ein Hinweis. Wir geben uns immer sehr viel Mühe, das Besprochene, also den Film oder in dem Fall jede einzelne Serie in den Shownotes dieser Episode auch zu verlinken. Also du gibst dir immer sehr viel Mühe. Ja, wir. Du. Bist du, nur du. Das war das königliche Wir. Achso, Entschuldigung. Und ihr könnt natürlich, wie gesagt, wenn ihr es auf einem mobilen Endgerät hört, kann man sich diese Shownotes nochmal angucken und direkt auch während des Hörens des Podcasts auf diesen Link klicken und in dem Fall auf IMDb euch Bilder zu dieser Serie angucken. Bei den Filmen verlinke ich meistens auch noch Wikipedia, Metakritik, Trailer und so weiter. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Und natürlich auf der Homepage, wenn ihr unsere Episode über die Homepage hört, findet ihr, ja, findet ihr das Gleiche. Ja. So, als Service für euch von uns. Als Fanservice. Genau. Dann würde ich sagen, macht's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Allmächtiger. Allmächtiger. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und wir hören uns wahrscheinlich dann nach dem Joker. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020